Gibt es überhaupt diese eine Wahrheit? Ist nicht jedes Sehen ein perspektivisches Sehen? Hat nicht jeder seine eigene Wahrheit? Nein, es gibt eine Wahrheit, die ist und bleibt, denn sie ist das Sein. Wenn man sich fragt, was wirklich wahr ist, dann ist es das Sein. Alles, was ist, das ist. Da muss man nicht darüber diskutieren. Man kann es nicht wegdiskutieren und auch nicht hindiskutieren. Die Existenz des Seienden ist wahr. Wahrheit. Wie man diese Wahrheit interpretiert und versteht und in seinem Kopf anordnet, das ist natürlich nicht für jeden gleich, denn wir haben verschiedene Köpfe, verschiedene Gedanken und sind beeinflusst von verschiedenen Strömungen. Und nun, lieber Zuhörer, dir viel Glück bei deiner Suche nach dem, was ist oder bei deiner Suche nach einer Wahrheit, die dir nützt, bei einer Suche, die dir entspricht und deinen Weg festlegt in der globalen Ganzheit.